Was geht ab, liebe Leute? Euer Spendeboy hier wieder am Schattchen mit einem neuen Video. Ja, richtig. Ich hab mir eine neue Bude hier zugelegt. Ohne neue Kamera, neues Equipment, so viel Qualität gab es auf meinem Kanal noch nie. Humor kann ich dir leider nicht geben. Humor kannst du mir nicht geben? Kommen wir doch ganz kurz hier zu meinen neuen Ehrengästen. Ich bin Mois. Hauptberuflich kann ich gerade passen zu Arschloch. Ja, mein Name ist Nikolas. Feinschmecker in allem. So, was geht ab? Euer Weltmeister auch in diesem Spiel. Ja, wir drehen heute eine neue Folge Bio vs. Kein Bio. Ich bin wirklich mal gespannt, wer von uns das Ganze hier richtig erraten kann, indem er mal eine Bio-Banane in den Mund schiebt und dann halt mal keine Bio-Banane in den Mund schiebt. Mois. Was hast du gesagt? Ey, Bruder, weil das Problem ist... Was hast du gesagt? Gewaltverherrlichend. Alter, der dreht so ein Video. Hi, Leute. Heute testen wir Nahrungsmittel. Bio. Bio. Das ist halt... Plötzlich. Gott, das ist... Beides orange-safte. Okay. So, mir ein bisschen reingelegst, ja. Und das ist der zweite orange-safte. Bruder, hast du irgendwas reingemacht, weil der da hinten, der grinst schon. Mois. Bruder. Nein, ich hab dich reingebracht. Das ist Bio. Okay. Das ist Bio? Ja. Nächstes Produkt. So ein Löffel, Bruder. Boah. Der Löffel ist klein, der reißt meinen Mund auf. Sorry. Das ist Bio, das ist nicht Bio. Hab das natürlich zwar wegen dem Geschmack gespürt, aber ich bin auch nicht behindert und habe mir gemerkt, dass die Größe in der Größe sind. Ja. Okay. Ähm. Haben gleich geschmeckt. Ne, das zweite ist Bio. Das zweite? Ja. Ihr, ah, ne. Okay. Mhm. Was sagst du? Schmeckt nach Joghurt, he? Mhm. Darf ich den anderen probieren? Landei oder eher Stadtei? Landei. Mhm. Mhm, der schmeckt besser. Ähm, der erste ist Bio. So, was haben wir hier? Den Joghurt. Ja. Okay. Okay. Das erste war Bio. Dankeschön. Danke. 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 Was willst du? Was willst du bei mir? Geh mal weg hier. So. Ich hab ne Vermutung. Boah, schwierig zu sagen. Ich sag, das zweite war Bio. Das zweite war Bio? Genau. Okay, der nächste Produkt, mein lieber Freund. Okay, du, zeig kurz Kamera, was was ist? Ja, also Kondom, Billy, Bro. Bro, hier, also, das riecht ja absolut komisch, ne? Ja, wirklich. Wer ist hier? Hier, hier. Hier ist Schokolade. Schau hier. Geh in dir. Okay. Mhm. Schmeckt nach Vollmilch. Jungs, hier riecht irgendwas merkwürdig. Ja, essen jetzt halt hier. Esst gerade. Ah, das riecht nach Katzenfutter. Nie Gott, keine Katzenfutter. Ich poker. Das erste war Bio. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was gibt's jetzt? Nicht das Glas anfassen vom Apfelmus. Ja, jetzt, Löffel hier. Da ist schon Apfelmus drin. Nicht kippen, nicht kippen. So? Jetzt, ja. Okay. Ich bin Apfelmus-Experte, weißt du was? Echt jetzt? Mhm. Also, das erste war Apfel, äh, Bio. Ich bin Apfelmus-Experte, weißt du was? Ich muss aufpassen, weil es ist noch schmürzt. Naja. Das zweite ist Bio. Gibt's hier auch Steak oder so, Bruder? Also, ich wollte wirklich was essen. Bio-Steak und kein Bio-Steak. So, jetzt haben wir den Orangensaft. Ich spüre schon. Trink aber den aus, okay? Okay. Du hast keinen Alkohol oder so rein. Nein, Bruder. Walla? Ich schwöre Walla, ja. Okay. Lockt ihr mit. Nein, Mann, ich mach so einen Scheiß nicht. Groß. Okay. Schwer, Bruder. Das zweite ist Bio, glaube ich. Sicher? Ich glaube. Also, loggst du ein? Ja, ich logg ein. Ja. Kein Joker? Kein Joker und kein Joker. Okay. Jetzt mal ehrlich, was hat hier gerade nach Katzenfutter gerochen? Ganz fresh ist hier am Start. Joghurt? Boah. So. Oh, wie riecht das? Jungs, das ist Alkohol. Was? Was laberst du, Bruder? Hier. Ist da was schon drauf? Nein, Bruder. Bruder, was brauchst du hier? Wie er es im Mund nimmt. So, einmal virgin-mäßig. Ey, da ist Alkohol. Bruder, lass zu. Geh mal weg. Okay, so, das war die erste Portion und das ist die zweite, okay? Das Bio. Das eine hat nach Apfel geschmeckt, das andere nach Birne. Ist da schon was drin? Ja. Ja? Orangensaft. Ey, Digga. Allein schon teuer versus günstig ist viel zu schwer zu erraten. Du kommst mit Bio um die Ecke, Alter. Ey, Digga. Ach, keine Ahnung. Und das jetzt noch? Das ist jetzt Bio, oder? Der schmeckt schlechter und deswegen sage ich, ist nicht Bio. Auch hier bin ich natürlich nicht behindert und weiß, dass die billige Schokolade quadratisch war. Nein, 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 Bio-Schokolade. Aber, wow. Digga, mh, das ist ganz schwer. Diese Schokolade ist, mh, es ist Bio. Aber ich tippe. Ich glaube, die ist nicht Bio. Lass mich mal die andere probieren. Oh, shit. Also, das liegt gar nicht an der Form her. Ich schmecke hier irgendeinem Finger. Die zweite ist Bio. Die zweite ist Bio. Oh mein Gott. Alles klar. Hier ist die Banane. Du musst sie abmachen. Ja, ich sag, du musst sie abmachen mit deinen Fingern. Gib mir doch einfach die Banane. Hier. Danke. Ja, ist nicht Bio. Ist Bio. Was jetzt? Die zweite ist Bio. Die zweite ist Bio? Ja. Okay. Digga, die haben 1 zu 1 gleich geschmeckt. Erste war Bio. Erste war Bio? Mhm. Okay, Joghurt. Und hier ist Produkt Nummer 1, Joghurt, genau. Ja, Bruder, pass auf, alles runter schlocken. Digga, ich weiß nicht warum, weil ich kann kein Joghurt essen, ja. Ey, Nico. Dein leichtes Atem mit Lachen im Hintergrund. Ja, du Scheiße. Was hast du? Das ist Bio. Weißt du warum? Warum? Das hat nach Joghurt geschmeckt. Okay, und das andere hat nach Sperma geschmeckt. Ja, die zweite war Bio. Die zweite war Bio? Die zweite war Bio. Meine Meinung war die zweite Bio. Das ist schon cool. Puh. Mhm. Mhm. Das Bio. Also, ob ich jetzt schmecke, ob das Bio ist oder nicht, Digga. Ja, darum geht's halt. Ja, ist kein Bio. Überleg mal, probier den zweiten. Okay, ist Bio. Der zweite. Bild drin? Ja. Das schmeckst du mir auch. Ja, der zweite ist nicht Bio. Der zweite ist nicht Bio. Okay. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Ihr habt gesehen, wie man's macht. Ich bin nämlich der Großmeister. Ich hab nämlich alle richtig geeinigt, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, perfekt. Optimal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, nochmal. Ja, ja, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr einen lassen, doch noch ein paar Schaut hat. Ja, 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 ja. Schaut mal, 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 schaut mal. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir sehen uns dann wieder am Mittwoch. Mittenmal. Hey, ich hab gerade so Bock auf Richtung der Software. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.